Nochmal einschwören und dann ist da was drin, weiß auch Peggy Kuznick, die Kapitänin. Peggy Kuznick, 1. FC Köln, Abwehrspielerin. Ja, unser Ziel ist es natürlich, die Liga zu halten. Das ist Priorität Nummer eins, weil wir sind Aufsteiger und dann kann man da, denke ich, nicht nach oben schauen, sondern wir müssen erst mal nach unten schauen. Ja, wir haben auf jeden Fall Unterstützung vom Verein. Man merkt, dass der Verein dahinter steht. Auch, dass die Profis sich dafür interessieren, was mit uns passiert. Und das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall enorm entwickelt und deshalb hoffe ich, dass wir es dieses Jahr packen. Kuznick beim Freistoß. Ah, das war nochmal ein sauberes Ding. Starterschuss. Ja, wir haben jetzt viele neue Spielerinnen auch bekommen. Die müssen sich natürlich auch erstmal einleben, die Stadt kennenlernen, den Verein kennenlernen. Und ich bin jetzt das vierte Jahr in Köln. Und ja, man merkt natürlich, wie unser Slogan heute auch ist, spürbar anders. Und das, ja, gibt der Verein auch den Spielerinnen mit. Ja, es gibt in Köln ein kleines Mädchen, das ist sechs. Und die kommt eigentlich zu jedem Heimspiel bei uns. Und da sieht man halt auch die Freude nach dem Spiel, wenn sie kommt, wenn man ihr ein Autogramm gibt, wenn man ihren Trikot geschenkt hat und so, wie dankbar sie ist. Und ja, das ist für mich halt Gold wert, so ein kleines Kind glücklich zu machen.